Guten Morgen, liebe Sorgen und Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Ages. Wir sind hier in der Heron-Höhle und ich habe absolut Angst vor dem, was jetzt kommt. Ach du Scheiße. Okay, wie lange haben wir Zeit? Erste Aufgabe ist es, dieses Ding irgendwie aufs Blaue zu rollen. Das ist noch einfacher. Ach du Scheiße, die Erde. Die sind doch Erde. Also eingeschafft. Ähm. 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 Wenn der jetzt nicht mehr blau... Ähm. Entschuldigung. Wie genau soll das passiert sein, Mr. Dumme Stück Scheiße. Entschuldigung. Dieser blöde Wichser. Dieser blöde Wichser. Also halten wir fest, sobald wir einmal was verkackt haben, sind wir tot. Tja, wie kriege ich den jetzt richtig? Ich muss ihn als nächstes dann da hinbringen, hoffe ich. Ähm, hallo? Ja, deine Oma. Deine scheißverfickte Oma. Ähm, bevor ich jetzt irgendwas mache, das ist mir jetzt auch egal. Weil sollte er doch nochmal auf die Idee kommen, dass es ja ganz knorke sei, sich wieder zurück zu porten. Äh, das kann ich leider nicht so tolerieren. So. Da ist gelb. Das heißt, an den... Also rechts und links ist rot. Das heißt, er wechselt sich rot und blau wechselt sich ab. Also rot, blau, rot, blau, rot. Gelb, rot, gelb, rot. Moment. Rot, blau, rot, blau, rot. Gelb, rot, gelb, rot. Rot. Gelb, rot. Bombe muss hier hin. Okay, Moment. Ähm, 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 ähm. Ach komm, ich versuch das jetzt einfach so. Nein. Okay. Krieg ich nicht hin. In dem Falle... Komm her, mein Armband des Schmerzes. Okay. Okay, da kann ich stehen. Das ist wahrscheinlich zum Schutz, das das Wetten. Okay. Das wird kein Spaß. Das wird alles aber kein Spaß. Was? Speichern. Ja. Also rot scheint als nächstes möglich zu sein. Tja, verkackt. Verkackt! Ich kann alles nochmal machen. Würde ich jetzt sagen, hätte ich jetzt... Ach, leck mich doch. Arsch. Noch mal. Das ist nämlich kein nettes Rätsel. Das ist ja ein richtiges Scheiß-Drecks-Rätsel, weil du jedes Mal von vorne anfangen musst. Ja, weil diese Helden ja ein Portal dahin bauen mussten. Komm, komm. Ja. Und jetzt wird er nicht wegge... Ihr blöden Wichser-Entwickler! Ihr seid doch Arschlöcher! Also. Ich brauche irgendeinen Mittelweg. Ich... Wo bringe ich es hin? Ich bringe es hier zwei hoch. Also ein Feld unter dem, was Link jetzt steht. Das sollte möglich sein. Eins, zwei, drei, vier, zwei hoch. Oh, shit. Jetzt kann ich mir hier nochmal eins rübersetzen und dann... Ich glaube, das ist gut so. Das speichere ich. Alles gut bei dir? Pisser. Theoretisch könnten wir jetzt auch einfach nach rechts schieben. Zwei Stück, ja. Ich glaube, das mache ich sogar. Ernsthaft. Ihr seid... Oh. Solche Wichser. Solche dreckigen Wichser. Oh. Solche dreckigen Wichser. Keine Ahnung, ob das was hilft. Speichern. Jeden verdammten Dreck speichern. Wenn das Spiel mich resettet. Nein, das hier ist ein Ende. Und nein! Das ist ja das Ende. Scheiße. Ich komme ja nicht mehr weg von der Wand. Ach, nein! Ich muss hier erst den gelben machen. Nein! Ein besseres Rätsel hätten sie sich echt nicht ausdenken können. Und ich sehe gerade, ich muss meinen DS anschließen. Moment, ich bin gleich wieder da. Moment, ich bin gleich wieder da. dúf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020